Auch ein bisschen verwirrt, ja als ob die alle so low sind Und er gibt mir hier die Combo des Todes und ich habe ihn aber trotzdem noch bekommen, oh mein Gott Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Quick Survival Games Wir spielen heute auf irgendeiner Map, ich habe keine Ahnung wie die heißt, ist glaube ich eine CSGO Map Und ich werde sterben, weil ich loote wie so ein Opfer, Alter Ich loote so langsam, nicht mehr nochmal Ich habe aber noch immer keine Waffe, was soll der Scheiß Nein, ich brauche eine Weapon, Alter Oh mein Gott, Alter, da hat jemand getroppt, Alter, wie nice ist das So, dann gehen wir gleich mal weiter hier So, du mein Lieber, du hast das nicht verdient So, den haben wir, jetzt gehen wir weiter, essen das hier So, und du Sau, kommst jetzt sofort her, ne Weißt du, der hat mir jetzt einfach diesen Diapost-Panzer hier genommen So ein kleiner Looter-Sau Und mein Ping ist heute wieder der allerbeste Muss ich auch gestehen, so Komm her jetzt, bitte Okay, der ist auch ein bisschen verwirrt Ja, als ob die alle so low sind Und er gibt mir hier die Combo des Todes Und ich habe ihn aber trotzdem noch bekommen Oh mein Gott, so Jetzt habe ich erstmal hier einen Eisenschwert, zack, Prost Okay, gut, ich habe mal die beste Trostung, die man haben kann im ganzen Spiel Habe sogar noch einen Bogen Okay, Leute, das war ein wirklich, ich sag mal so glorreicher Start Und jetzt versuche ich natürlich die Leute auch alle so noch zu holen Mit dem Unseren schönen Schwert hier voran Nein Nein Nein, und ich muss ihn noch holen Ja, okay, ein Hit hat er noch bekommen So, und Ach, schade Der wird jetzt wahrscheinlich abgestoppt werden Und jetzt kommst du hierher und stirbst durch meinen Bogen Bam So, gut, jetzt habe ich wieder die Regeneration Und jetzt haben wir nur noch einen Gegner So, habe ich eine Angel Ja, natürlich habe ich eine Angel Nice Ist wirklich ein crazy, äh, Deathmatch Äh, was auch immer Wir kämpfen gegen Hustensaft Okay Ähm, ich kam jetzt eigentlich gar nicht so ins Kommentieren, ne Weil das ging jetzt so ultra schnell Das ist ja echt nicht mehr normal So, aber ich denke Vom Equip her sind wir auf jeden Fall im Vorteil So So, GG Das war eine sehr, 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 sehr schöne Runde Und ja, äh, wie lang ging die denn jetzt? Sie ging jetzt vier Minuten Aber wisst ihr was, Leute? Ich lasse das jetzt, ähm Als kleines Video, denn Ich habe wirklich gerade extrem Stress Ähm, heute kam der Vlog online Beziehungsweise gestern in eurer Sicht Ich muss jetzt einfach Videos vorproduzieren Deswegen lasse ich jetzt einfach mal Dieses small Video hier Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Däumelein nach oben da Ich würde am liebsten Am liebsten würde ich so Drei Quick Survival Games Runden hintereinander machen Okay, gut, Leute Macht's gut Und ciao Tschüss